Aua! Das war... Ach so... Oh hier liegt ne Karotte. Nein, ich komm nicht dran! Beruhig dich! Lohus beruhig dich! Geht's weg! Oh... 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 Ach... Du bist mir verarscht! Was? Nyaum... Nyaum... Ja, ich brauche Kohle! Nya! Nya! Doch! Nya! Doch! Nya! Doch! Gib mir Kohle! Iiiiiiiiih... Du bekommst keine Kohle! Warum? Weil du keine Kohle bekommst! Warum? Warum? Achso, hat jemand... Hat jemand irgendwie... Nein, haben wir nicht. Kohle? Nein, haben wir nicht. Sagen wir. Ich kann auch noch 8 Stück, warum das? Hast du mich gerade als Scheiße beleidigt? Wen machst du jetzt? Dich. Arschloch. Wieso denkst du, ich beleidige dich als Scheiße? Als ob du so einen gequirlten dünnschiss Lavas... Ganz ehrlich? Ja? Ja. Dreh durch. Oder? Naja, so wie du... Ich kann nicht mehr mit! Ja, ich auch nie. Aber ich sag mal so, so wie dein Gesicht aussieht... Apropos, ähm, ey... Hier, Melvin, ich hab immer noch einen Timer an hier. Was? Ich hab auch mitgemacht, ich hab den Timer auch. Warum? Was? Das ist mal als Geile. Genau, oder? Das ist die Dehnklau! Genau, die machen ja alle... Das ist... Die machen ja alle nach mit dem Timer. Das... Meiner läuft jetzt schon... Warte, ich muss mal... Das trennt. Das trennt du. Ah scheiße, das ist ja Schwefel hier. Schwefelstaub. Warum brauche ich Schwefelstaub? Ach egal. Mein Timer läuft jetzt schon 22 Stunden. Ist aber noch nie lang. Mhm. Noch nicht. Aber warum... Läuft der... So lang? Ich hab ihn erst gestern Abend angemacht. Weil mir langweilig war. Wieso kann ich den Bilder swan und keine... Ach, leck mich doch fett, ey. Nein, danke. Und da rein. So... Nein! Hä? Hä? Das ist jetzt schon wieder... Wer hat aus dem Kompressor jetzt was rausgenommen? Den Kompressor? Nö. Nö. Ich hab... Nö. Ich hab... Oh, dann hab ich halt jetzt was reinzulegen. Ich hab Terox im Auge. Ich bin die ganze Zeit am Ofen und bin am kochen. Was willst du nur noch alles von mir, dass ich putze oder was? Was spielst du gerade Kock? Oh Gott. Hey, Kock and Play. Yay! Terox steht auf Cox. Wer noch? Ich glaub dir, der Malvin. War da nicht irgendwas? Oh, Malvin. Soll ich dir mal eine goldene Karotte zeigen? Lass mich doch nicht mit Denien! Geh weg! Geh weg! Du stehst auf Cox. Du bist alles. Hallo? Einmal das und einmal das. Das war nötig. Aua! Hier, geh zusammen in die Ecke. Los! Neee. 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 Das hat sich angehört wie so ne alte Ziege. Neee. Ja, ist auch höchstwahrscheinlich. Man passt hier zwei ja perfekt zusammen. Ach nur. Ach nur. Nur. Aua. Wo ist das Solar Pendel? Wer hat das Solar Pendel? Gibt das Solar Pendel her? Pendel? Pendel. Pendel. Pendel mit dem Solar Ding? Weil... Wer hat hier draußen die Energieleitung so asozial scheiß behindert gebaut? Meinst du in diese Fusionskammer da? Ja. Ja. Ja, das war ich. Warum? Vor allem... Warum... Weil wir damit Helium machen können. Warum so scheiße? Und warum baust du hier nicht einfach einen Generator hin? Und... Weil das zu viel Aufwand wäre. Wie... Nee. Nur ein Kohle Generator? Ja, aber der generiert nicht genug Strom. Dann baust du zwei. Nein. Der generiert ja auch. Da steht sogar einer. Ja. Aber die generieren nicht genug Strom. Dann hättest du eine Kapazitäterbank mitgenommen und dahingesetzt. Nein. Nein. Das ist... Das ist... Da muss ich ja jedes Mal hin... Äh... Hier hin... Hinlaufen. Wie viel... Alter, wie viel Kabel hast du verschwendet? Hier war über ihn ein Stack drinnen. Ziemlich. Brauch keinen Compressor noch. Gut dann nicht. Was? Ich brauche keinen Compressor. Gut. Oh... Doch, jetzt brauche ich ihn. Jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Gut. Aber jetzt brauche ich ihn. Nee. Ja, wenig Schwefel. Hier, ich brauche... Ich brauche sie. Ja, hier... Also, ey... Ähm... Da? Ist gut? Da... Da... Äh... 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 Tyrox, ich brauche acht Nether Stars. Guck dir mal das Rezept vom Solar Pendel 4 an. Ja, ich weiß dafür... Mach ich ja hier lieber. Hast du Paul grad geschlagen? Na hier Tyrox, das wirst du brauchen. Wo ist er denn? Nein, Mip. Gillen Ich will gern Zink. Das wirst du brauchen dazu. Hilfe! Ja, ja. Nein! Zink. Zink. Ike... Und jetzt das doch. Au, au. Scheiße. Scheiße. Nein. Was hast du hier gemacht? Ja, das... Was? Hey, das habe ich doch hier alles in... zum Sieben reingeschmissen. Wieso ist das wieder hier dran? Da, Jungs, was machst du? Paul. Das weiß ich doch nicht. Boah, viel Spaß beim Aufräumen. Ich habe alles wieder wie vorher gemacht, du. Na. Na. Ey. Das geht alle. Halt doch auf. Gut, ich glaube, das mit dem Solarpindel ist dann die letzte Quest da drinne. Oh, Sissi verprügelt mich. Dann haut zurück. Ey, das reicht jetzt, Leute. Sei doch nicht so ein Waschlappenschlag zurück. Jetzt bin ich gehittet worden. Ernsthaft? Komm, in die Ecke. Au. Warum habe ich eine Torch? Indie. Äh, darum? Hallo. Danke für das Brot. Hier. Boah, Tyrox, das... Achso, ich dachte schon. Ja, weil ihr das nicht richtig gesichert habt, ihr. Wieso wir? Du bist doch die ganze Zeit damit beschäftigt. Nein! Das stimmt nicht. Doch, doch. Nein! Doch. Nein! Oh, das ist Obsidian. Ach, komm schon. Oh, ernsthaft? Oh! Ach, nee! Ach, komm. Was willst du jetzt? Was willst du? Nee, nee, nee. Ich... 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 Ich drehe am Rad. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Ey! Alter! Es... Es reicht! Es langt! Das kann nur die Sissi gewesen sein. Die traut sich ja was. So, ich hole das dann alles wieder raus. Also, keine Wurgel, Leute. Das passt alles. Das ist kein Problem hier. Oh, ich hab keinen Problem. Scheiße. Leute! Leute! Was? Nichts. Nichts. Äh, was geht denn? Was geht denn? Wir gehen auf Gasse. Alter, ich möchte einmal ein... Nein. Sissi, bitte! Ganz kurz! Stimmt, die Redstone-Facke. Äh, klar. Gibt doch das Sissi mal eine Aufgabe, dann kann sie hier mitmachen. Nein! Ich... Ach, komm, bitte! Ich hasse es! Jetzt ist... Wieso ist das... Ach, leck mich doch hinten dran. Ey, ihr Sissi... Warte mal. Ich muss für Sissi mal eine Aufgabe... Jetzt hab ich nicht mehr Lust. Es ist mir auch zu blöd, ihr das sortieren. Au. Vielleicht nicht mich schlagen. Das wär nicht die Aufgabe. Keine Sorge, Alk. Ich schaff das. Nein! Nein, auf! Du hast fünf Minuten. Ich hab fünf Minuten! Na, willst du mehr? Sechs Minuten? Vielleicht noch ein bisschen mehr. Sechseinhalb. Aber mehr geht nicht. Dann ist ja alles ausgereizt. Okay, nein, nein. Ich geb dir jetzt eine Aufgabe. So, äh... Äh... Ich gönn mir erst mal einen Kaffee. Äh... Äh... So, äh... So, äh... Aus dem Eisen... Äh... Stahl machen. Also, sieben. Denke. Okay. Das ist gut. Ich brauch... viel. Äh... 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 So, äh... Dann lässt du... Mehr hin. Was? 26. Ja, Stahl. Okay, ich hab noch... Gib mir das noch zu... Äh... 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 Dann... Kannst du's... Dem hier Stahl machen, dann hab ich genug. Glaub ich. Danke. Melvin, kannst du daraus... Ja. So, und daraus machst du jetzt bitte 46 Gold. Ne, 64. Wenn du das hinkriegst, dann bist du Gott. Will ich aber nicht sein. Dann hast du verkackt. Na, dann muss er sterben. Ich hab einen Zombie-Kopf auf. Irgendwie hab ich das Gefühl... ...dass hier nichts abgepumpt wird. Warum hab ich wieder Silikon? Mann, das will ich nicht. Willst du deine Hupen vielleicht befüllen? Hab viel Hupen! Was hast denn du da auf dem Kopf? Ein Hupen-Kombi? Ja, der hat da irgendwas Goldenes mit dran. Und was weiß ich? Ach so, ja, das ist von dem Skin noch. Meine Karotten! Sieht ja kacke aus. Meine goldene Karotte. Meine goldene Karotte ist das. Das sieht ja kacke aus. Äh, noch mehr Aufgaben. Ike? Ich bin beschäftigt. Mehr Aufgaben für Sissi. Äh, draußen an der Stange tanzen. Ne. Doch. Nein. Doch. Nein. Warum? Weil ich das sage. Das kannst du dir nicht antun. Okay, ich bin im Afgad das. Ja, sie tanzt an der Stange. Wieso hab ich hier Silikon im Inventar? Oh, jetzt hab ich. Oh, das kann man nicht. Das Silikon kann man trinken. Doch. Das ist komisch. Das kannst du trinken. Ganz echt, Helix. Klick das an. Das kannst du saufen. Geil, ne? Lieber nicht versuchen, Leute. Soll ich's mal trinken? Kinder, trinkt nie Silikon. Bitte. Wer hat das Silikon? Das will ich jetzt testen. Äh, was kann ich denn machen noch? Nix. Außer, okay. Nix, passiert nischt. Passiert leider nix. Schön, haben wir alles Silikon getrunken. Ja. Cool. Finde ich. Hup. Hup. Ja. Äh, ne. Och, komm. Er gibt meine Sterne. Ach, hier. Ah, was war das? Der hat dich angekackt. Iiiiih. Nicht nur das. Ähm. Mal hier ein bisschen sortieren. Nein! Nee, nicht bei dir, Tyrox. Ich mein, in der Dimensional Chest. Das reicht mir. Irgendwie ist hier wieder alles durcheinander gehauen worden. Äh. So. So. Dem braucht man ja sowieso nicht mehr. Hier sind wir auf Nullstahl. Macht's nicht. Das und das. Warum hab ich Stärke? Weil wir das noch brauchen zum Upgraden. Was? Das Solarpendel. Ach so. Das ist Stärke. Nee, ich hab meine Wem gehört denn die... Hey, Wem gehört denn die hier? Egal. Du, du, du. Du, du, du. Du, du. Wo ist N.A.? Da ist N.A. Ach ja. Auf der Mondbasis geschehen komische Dinge. Muss auch mal sein. Ach warum nicht? Ähm, weil ich ich bin und du bist ich. Was? Ja. Weil ich ich bin und du bist ich. Jetzt komm ich nicht mehr mit. Ich will auch nicht mehr mitkommen und... Hä? Wer hat denn jetzt einen Star Harvester eingesammelt? Nö. Nee. Also irgendjemand muss ihn eingesammelt haben, weil... Wo sind denn die verfickten Star Harvester aus dem... aus dem dimensionalen Chest? Da waren zwei... Da waren ja auch wechseln. Da waren zwei Stück drinne? Ich hab jetzt keine. Teespa bin ich mir sicher. Ich brauchte E-Kann. Ich musste immer noch die Raketen bauen. Äh. Ey, also... Langsam platzt mir der Kragen, wenn ihr alles verschwindet. Und... Warum? Teinoxys... Was? Was? Sissi, ich hab gleich eine Aufgabe für dich. Spuck's aus, Eik. Nutz' aus. Wieso kriegst du... Kotzensprache. Kotzensprache. Was? Nicht Kotzensprache, sondern Katzensprache. Ah. Kotzensprache. Ja, die Kotz-Sprache. Äh. Bleh. Okay. Ich muss die Folge ausverwenden.